I'm gonna party high, until the sun comes up, the music feels so good. Hi meine Lieben! Ja, der August ist ja jetzt vorbei und deswegen gibt es wieder die Monatsfavoriten. Diesmal ist es ein ganz bunter Mix aus Beauty und ich nenne es mal so Random Sachen, Lifestyle Favoriten und Essen und ja, all sowas. Und dann fangen wir an mit den Beauty Sachen. Ja, und da habe ich diese zwei Produkte hier. Einmal von Averde, die Clear Waschcreme Heilerde. Das ist einfach das beste Produkt, was ich kenne, wenn es um Pickelchen und unreine Haut geht. Und ich liebe das. Also wenn ich andere Produkte benutze und ich nehme das wieder, dann merke ich so einen Unterschied. Und einmal das hier. Ich glaube, das habe ich mal vergessen in der M-Haul zu zeigen. Von Seba Med, unreine Haut, ein Reinigungsschaum. Bei fettiger und unreiner Haut. Und da ich ja eher öligere, fettigere Haut habe, oder Mischhaut besser gesagt, wollte ich das mal probieren, weil da drauf steht, das wäre ein klinisch geprüfter Wert von 5,5, also pH-Wert. Und das soll ganz toll sein für die Haut, dass die sich nicht gereizt anfühlt und sowas. Und ich bin eigentlich sehr zufrieden mit dem Produkt, weil das wie so ein Pumpspender oben ist, wo so ein Schaum rauskommt. Das reicht dann für das ganze Gesicht und das ist so klasse. Und das verträgt meine Haut auch super. Ja, und trotz dieser zwei tollen Sachen hatten sie einen Nachteil für mich. Und das ist eben, dass die Haut trotzdem nachfettet und das mir einfach zu stark. Und ich habe noch ein bisschen was ausprobiert. Also ich bin dauernd am Ausprobieren. Lass die Pflege dann aber auch eine Weile, sodass ich es wirklich testen kann. Und jetzt habe ich, das habe ich schon mal vorgestellt, vom Bioderma, diese zwei Artikel. Und einmal von Vichy, das habe ich mal aus der Apotheke gekauft. Das gab es in so einem Set mit mehreren kleinen Sachen. Das ist jetzt auch eine kleine Größe, nur 50ml. Das ist das Orthemal, ein feuchtigkeitsspendendes Spray für die Haut. Das trägt man sich so auf in kreisenden Bewegungen mit so einem Sprühkopf. Genau. Und ich habe das auch vorher schon mal verwendet und das war für meine Haut ganz gut. Aber es hat trotzdem nachgefettet. Also irgendwie, man muss wirklich ganz viel ausprobieren, wenn man so ölige Mischhaut hat. Das ist total nervig. Und jetzt habe ich es, indem ich eins von diesen Produkten benutze. Danach das hier auf meine Haut sprühe, das ein bisschen einreibe. Das zieht auch sehr, sehr schnell ein. Und dann kommt dieses von Bioderma, das Sebium Porefine da drauf. Also besonders auf die Stellen, wo halt schnell glänzen, wie Stirn und hier der Bereich und hier. Seitlich mache ich das gar nicht so drauf. Lass das ein bisschen einziehen und nehme dann das Sebium Matt. Und dann ist es perfekt. Also wirklich, das hält viele, viele Stunden matt. Eigentlich 7, 8 Stunden locker. Also wirklich sehr, sehr gut. Das ist das Beste, was ich bis jetzt getestet habe. Was auch auf Dauer hilft. Also wer Probleme mit fettiger Haut hat und wirklich schon am Verzweifeln ist, wie ich zum größten Teil, dem würde ich wirklich diese Produkte hier empfehlen. Also es ist natürlich so eine kostenspielige Sache. Ich glaube, das Ding hat auch schon um die 6, 7 Euro gekostet. Gibt es beim DM. Das gibt es auch beim DM. Vichy gibt es, glaube ich, nur bei Apotheken. Soweit ich weiß. Und diese Sachen auch. Oder eben in Online-Shops, Versandapotheken oder so. Müsst ihr mal schauen, da ist es oft billiger. Dann die nächsten Beauty-Sachen sind Lip Balms. Und das sind diese Soft Sensational Lip Balme. Diese zwei hier von Catrice. Und das sind meine absoluten Top-Lieblinge. Also die Farben einmal Feeling Feline und, also die 011. Und einmal 012 Unguilty Pleasure. Und die liebe ich und die könnte ich den ganzen Tag drauf machen. Also einfach top. Ich weiß gar nicht, ob ich die schon letztes Mal dabei hatte bei meinen Favoriten. Bin mir gerade nicht mehr sicher. Und dann halt eben noch den von Catrice in der Farbe 050 Cherry Tie. Den trage ich auch jetzt gerade. Ich liebe den. Ich liebe den und die anderen von Astro auch. Und könnte die eigentlich ähnlich drauf machen. Dann habe ich meine Obsession für rote Lippenstifte wieder entdeckt. Für dunkelrote Lippenstifte. Und das sind jetzt so meine Lieblinge. Und mein aller, aller Liebster von denen ist von P200 Oxford Street. Das ist so ein richtig schöner, dunkelroter Ton. Sehr, sehr hübsch. Ich glaube, ich hatte den auch auf meinem letzten Video drauf. Ich schreibe das ja alles in meine Infobox. Dann von Catrice 220. Step Red Up. Auch alles so dunkelrote Töne. Und die 080 von Catrice My Red Card. Ich hoffe, die gibt es jetzt noch nach der Sortimentsumstellung. Habe ich jetzt gar nicht geschaut. Und einmal diese Shine Gel Colors. Die neuen da von Catrice. In 010 Loves Divine. Ist auch ein sehr, sehr schönes Rot. Und ich liebe das. Und ich sehe da schon, dass ich jetzt im kommenden Herbst, Winter die sehr, sehr oft tragen werde. Und ich habe sie auch diesen Monat schon recht häufig verwendet. Also häufiger wie sonst. Und ich liebe das. Und ich freue mich so, dass die Jahreszeit jetzt wieder kommt, wo man diese Lippenstifte noch besser tragen kann. Dann kommen wir zu meinem Lieblings Blush. Das ist von Catrice der Defining Blush. So sieht der aus. In der Farbe 020 Rose Royce. Und ich liebe den. Den habe ich auch jetzt gerade wieder drauf. Und der hat so einen leichten Schimmer-Effekt. Also nur so einen ganz leichten, aber so, so schön. Und ich liebe den. Und den mache ich mir am allerliebsten drauf. Und das wirklich schon den ganzen Monat lang. So, dann haben wir es glaube ich... Ach ne, nicht ganz. Ich habe ja auch total eine Sucht, wenn es um Labellus jeglicher Art geht. Und Lippenpflege, Stifte und alles. Und ich bin jetzt am Aufbrauchen von den ganzen Dingern. Eigentlich schon die ganze Zeit. Aber jetzt halt noch intensiver. Ich schmier mir andauernd was auf die Lippen. Andauernd. Und ja, das ist so eine ganze Box voll. Und die muss ich endlich mal aufbrauchen. Und ich liebe die alle. Also es gibt wirklich keinen, den ich jetzt nicht mag. Also so wie Cola-Geschmack, das werde ich mir jetzt nicht mehr holen. Aber ansonsten so fruchtige Teile sind absolut meine Lieblinge. Und ja, auch sehr, sehr häufig benutzen diese Monat. Auch wenn es Sommer war, habe ich trotzdem trockene Lippen gehabt. Und musste die benutzen irgendwie. Aber ich kriege keinen aufgebraucht. Das ist so mein Problem. Ich benutze dann immer alle kreuz und quer. Das ist bei mir wie Shampoo oder so. Bis ich damals aufgebraucht habe, dauert es auch ewig. Weil ich alles gleichzeitig benutze. Irgendwie immer abwechselnd. Ja, dann kommen wir zu diesen Random-Sachen. Und ich habe euch das schon auf Instagram gezeigt. Das ist mein neuer Sportplan. Ich bin ja letzten Monat häufig schwimmen gewesen. Aber irgendwie hatte ich dann doch keine Lust mehr so häufig ins Schwimmbad zu gehen. Und jetzt hat es eh über die Ferien geschlossen und ätzend. Jetzt habe ich mir eine Alternative gesucht. Und habe mir dieses Trainingsprogramm für die Beine rausgesucht. Ich werde euch das seitlich nochmal einblenden. Und das hat es in sich. Also das mache ich jetzt fast täglich. Ich bin jetzt, wie viel habe ich es jetzt gemacht, knapp zwei Wochen dabei. Also ich glaube zwei Tage oder so. Dann sind es zwei Wochen. Uff, und das haut richtig rein. Also dieses Programm ist echt heftig. Also in einem durchschafft man das erstens mal nicht. Wenn man nicht absolut mega sportlich ist. Das ist mehr für die Beine halt gedacht. Und das zieht halt richtig. Und am ersten Tag, wo ich es ausprobiert habe, habe ich noch andere Übungen gemacht. Mit Blogilates, die auch so für die Innenschenkel, für die Beine und sowas. Ja, als Trainingsplan hat. Das kann ich euch alles mal unten in die Infobox setzen, welches Video ich da meine. Und noch so ein paar andere Sachen. Und ich hatte so einen Muskelkater am nächsten Morgen. Also mir ging es danach eigentlich ganz gut. Ich war zwar kaputt, aber es ging. Und ich hatte so einen Muskelkater am nächsten Tag. Ich konnte kaum irgendwie in die Hocke gehen. Das war echt ätzend. Und das hatte ich fast zwei Tage lang. Also am zweiten Tag war es auch noch recht heftig. Und am dritten ging es dann erst wieder. Aber danach hatte ich keinen Muskelkater mehr. Lustigerweise. Und ich nehme jetzt immer wieder Magnesium dazwischen, damit ich auch keinen Muskelkater mehr bekomme. Vielleicht hilft das wirklich. Also ich hatte danach gar keinen Muskelkater mehr. Obwohl man es in den Beinen in dem Moment dann schon gespürt hat, dass es gezogen hat. Und man merkt ja auch, wenn man für seine Beine was gemacht hat. Den Unterschied spürt man schon. Aber nicht so, dass es wehtat in den Beinen stundenlang oder irgendwie den ganzen Tag oder noch länger. Von dem her war das richtig top. Und das mache ich jetzt und ziehe das irgendwie ganz gut durch. Bin ich recht stolz auf mich, muss ich sagen. Dann durch die Blogilates hier auf YouTube habe ich Rezepte gefunden. Also sie hat die vorgestellt in einem Video mit so Käse-Makaroni mäßig. Und hat dann diese Nudeln benannt. Miracle Noodles oder wie auch immer sich das nennt. Und dann habe ich da mal gegoogelt und habe rausgefunden, das sind so Shirataki Kognak-Nudeln. Also das wird aus so einer Wurzel, Kognak-Wurzel gemacht. Das hat aber nichts mit dem Alkohol zu tun. Und diese Dinger sehen unter anderem so aus. Das ist jetzt so die Spaghetti-Variante, sag ich mal. Und ja, die kann man in Asialäden kaufen. Oder auch bei Amazon bestellen. Die das dann aber auch über einen Asiashop liefern. Und das geht dann vom Preis her, kostet das um die 2 Euro. Also wenn man Glück hat, weniger. Mehr sollte es eigentlich nicht sein. Und die sollen halt geschmacksneutral sein. Und dann die Soße super aufnehmen, auch vom Geschmack her. Und dann sollen die halt wie Nudelersatz sein. Nur, dass die so gut wie gar keine Kalorien haben. Also ich glaube 100 Gramm hat weniger wie 20 Kalorien. Und das findet man ja nirgends. Und ich wollte die unbedingt ausprobieren. Dann hat mir gleich ein größeres Paket bestellt mit mehreren drin. Dann war das günstiger. Und hat auch keinen Versand mehr groß gekostet. Oder ich glaube nur wenig Versand. Auf jeden Fall hat sie es rentiert. Jetzt bin ich noch am Testen von diesen Dingern. Also ich habe jetzt 3 oder 4 Packungen davon schon aufgebraucht. Und die sättigen halt auch total. Also wie richtige Nudeln. Die sättigen richtig lange. Und ja, ich will es nicht wahnsinnig abnehmen oder so. Aber ich dachte mir, ich probiere das mal auch so für zwischendurch. Täglich esse ich das dann auch nicht. Ja, und sind ein bisschen gewöhnungsbedürftig, muss ich sagen. Weil die Konsistenz ein bisschen komisch ist. Also es ist nicht 100% wie richtige Nudeln. Aber es ist nicht so schlecht. Und man gewöhnt sich dran eigentlich. Und wenn ich da mal ein ganzes Video dazu machen soll, dann könnt ihr das mir in die Kommentare schreiben. Also das ist so der neue Nudelersatz. Und soll in Amerika seit letztem Jahr mega gehypt sein. Habe ich gar nicht mitbekommen. Bin jetzt wie gesagt nur durch Zufall von der Blogilatis da drauf gestoßen. Dann kommen wir zu den Getränken. Und ich liebe, liebe, liebe diesen weißen Eistee. Das ist Zitrone-Holunderblüte mit grünem Tee. Da steht jetzt glaube ich gar nicht drauf. Ja, mit frisch aufgebrühtem Tee. Ja, aber das ist so in einem Regal, wo grüner Tee ist und roter Tee oder grüner Tee mit roten Früchten. Und dieser hier mit Zitrone-Holunderblüte. Und ich liebe diesen Tee. Und den gibt es bei Edeka. Und ich glaube, den müsst ihr noch bei Rewe und was weiß ich so geben. Und ich liebe den abgöttisch. Also der muss bei mir jetzt immer daheim sein. Und was ich auch noch liebe, ist dieses Vitrex. Ich weiß nicht, ob das eine Marke von Edeka ist. Weil ich hole mir das immer nur beim Edeka. Und ich liebe das. Es gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Das ist jetzt Kirsche. Das gibt es hier hinten, steht es drauf. Mit Apfel, Aprikose, Erdbeere und so Brombeere. Und ich liebe das. Es schmeckt so lecker. Und ich bin so wählerisch im Trinken geworden. Also mir schmeckt fast gar nichts mehr. Ich finde das selber total ätzend. Aber ich kann da gar nichts dran ändern. Und ja, das ist aber was, was ich super gerne trinke und wenig Kalorien habe und einfach top ist. Jetzt kommen so ein paar Lifestyle-Random-Sachen. Und ich fange mal mit diesem hier an. Das ist ein, wie soll ich es nennen, ein externen Akku irgendwie. Ja. Also, das ist, Moment, das ist das ganze Gerät hier. Und ich habe einfach im Internet was gesucht, was mein Handy wieder schnell auflädt. Unterwegs vor allem. Oder die Kamera oder sonstiges. Und ich bin auf das hier gestoßen. Das hat wahnsinnig viele gute Bewertungen im Internet, also bei Amazon wiederbekommen. Ich bin so ein Amazon-Suchti. Also ich schaue immer irgendwie erst bei Amazon. Und dann hat man hier dieses Kabel dabei. Und verschiedene, seht ihr das? Oh je. Verschiedene kleine Stecker. Die haben alle verschiedene Köpfe. Für verschiedene Handys und USB-Stecker und alles Mögliche. Damit man es auch für vieles aufladen kann. Und es hat so vier Punkte hier. Und wenn es auflädt, blinken die dann. Und man sieht dann, wenn es voll ist, ist das Ganze durchgängig leuchtend. Und es kann man bis zu viermal sein Handy aufladen. Und das ist schon was Tolles. Und ja, ich habe es ausprobiert. Es funktioniert. Selbst wenn man es im Gebrauch hat und filmt und Fotos macht, lädt es ein bisschen langsamer auf. Aber es ist wirklich relativ schnell aufgeladen wieder. Und das finde ich so klasse. Erst recht, wenn man unterwegs ist oder im Urlaub ist und filmt und fotografiert und dauernd irgendwas macht. An sich ist es super. Und das kostet um die 20 Euro, 21 Euro bei Amazon. Den Link setze ich euch auch unbedingt noch unten rein. Und ja, ich bin begeistert von dem Teil. Ich liebe das. Das habe ich die ganze Zeit schon gesucht und weiß gar nicht, warum ich mir das nicht früher gekauft habe. Dann habe ich noch dieses Schätzchen hier. Das habe ich mir jetzt bei Mediamarkt geholt. Ich wollte mal wieder so eine kleine Soundbox, wo man auch mitnehmen kann und so. Und das war so schön geknallepink. Das gab es natürlich noch in zig anderen Farben, aber das hat mich so geflasht, weil das so schön chanchiert und so pink ist. Und hier oben kann man dann sein USB-Stick reinmachen zum Beispiel oder hinten irgendwie anschließen. Gibt es auch verschiedene Fächer oder mit SD-Karte, wie man es möchte. Und das hört sich halt richtig gut an mit dem Ding. Und ich möchte das immer gerne im Bad haben oder sonst wo, wenn im Rade nur Mist läuft oder immer wieder das Gleiche. Ja, und ich dachte mir, ich stelle euch mal jetzt meine Top-Lieder vor. Musik Ja, und das war es dann jetzt mit meinen Monatsfavoriten vom Monat August. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!